Hallo Leute, neuer Part Batman Arkham Asylum. Wir sind diesmal in den Botanischen Gärten, eigentlich auf der Suche nach den Fingerspuren von Harley Quinn, die wir im letzten Teil in der Gitter gebracht haben. Aber ich denke mal hier in den Botanischen Gärten werden wir es wohl auch dann mit Poison Ivy zu tun bekommen. Mich wundern, wenn nicht. Ja, schauen wir mal. Ich sollte Harley Quints Spur aufnehmen. Ich darf bei der Suche nach der Titan-Produktionsstätte keine Zeit verschwenden. Verfolge Harley Quints Bewegung, um die Titan-Produktionsstätte zu finden. Botanical Class House. Was war hier eigentlich? Äh, da steht nichts. Irgendwann mit Wachen war hier das Rätsel. Oh, zwei bewaffnete Gegend. Was ist denn hier los? Ach, die haben die da hingesetzt, oder was? Jawoll. Aha. Guck einer an. Die ist da. Ist das da? Nichts? Gut, hier kommen wir nirgendwo hoch. Ich weiß nicht, stehen die im Rücken zu mir, oder? Schöne Musik hier. Oh, und da ist noch ne Tonbandaufzeichnung. Patientengespräch Pamela Lilian Eisley, 12. November, 11 Uhr 33. Guten Morgen Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens. Als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber aber nicht zurückschauen, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gothen zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Ja. Erstmal alle umbringen. Keine Ahnung. Joker plant etwas, Mann. Ja, und das riecht nicht gut. Wer glaubt, er ist Gott oder sowas? So misslich. Die stehen doch zum Läden. Wenn der das bei mir macht, kündige ich. Ich auf. Wer ist hier? Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Blatsch. Ja. Hm. Wo soll das denn mit den zwei Wachen sein hier? Wo sind ich sie irgendwo? Kein Objekt geortet. Kein Objekt geortet. Ist das jetzt hier oder im nächsten Raum? Das ist die große Frage. Ach, vielleicht die zwei Jungs hier. Das ist die Leben hier. Klar. Still leben. Gut. Weiter geht's. Oh oh. Oh shit. Oh shit. Komm, drehe du dich mal um nach oben. Hey, geh von mir runter! Ah! Einer weniger. Ah! Oh shit, da sind zwei. Aua! Shit! Mist! Na, wie viel haben wir noch? Drei. So, laufen die dahin. Was ist hier? Nein, stehe ich mich ab. Wie macht er das nur immer? Was ist hier los? Das steht. Wir haben größere Probleme. Findet die Federmaus. Mach der unten. Wieso kommt der nicht? Hä? Sag mal. Ich bin an der Tür. Da runter. Was ist denn da hinten, ne? Äh. Ja, komm zurück. Komm zurück. Drei gegen einen. Habt ihr ein gutes Gefühl? Was zum... Da kommt jemand da rüber. Als ist der unten auch weg. Ja. Mann am Boden, da liegt einer. Was tust du? Ich brauche Hilfe. Du kannst mich mal. Jeder ist dich selbst der Nächste. Au. Ja, komm. Komm. Er ist hoch, ich bin weg. Shit. Ja, dann machst du ihn nochmal, ey. Wirklich? Ihr habt euch alle geschickt. Hm. So, wie sieht er denn hier aus? Da sind zwei Türen. Was sind die eigentlich von... Geräusch? Hier? Wo? Wahrscheinlich ja unten drunter. War ja nicht ein Rätsel. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab echt nicht aufgepasst. Doof. Hmhm. Verrückte Hutmacher. Hier war doch trotzdem in. Irgendwie. Ach, guck mal hier unten. Da gehen wir jetzt auch noch rein. Noch die Karte gucken. Also bevor wir da weitergehen, dann gehen wir erstmal durch die anderen Türen. Wie nennt man einen Detektiv, der erst die Hälfte der Aufgabe bewältigt hat? Verlierer? So. Da ist bestimmt nix drin. Nee. So, wo war die andere Tür? Ja, noch eine Tür. Die hier. Zum Beispiel. Ja. Ich hätte da... Maintenance-Death-Only. Hausmeister-Bule oder was? Erinnerst du dich an die Waynes? Wie könnte man die vergessen? Ja, das ist jetzt die große Frage. Muss ich jetzt hier schon rüber, oder? Ja, wenn man das alles wüsste. In der Bank steht was. Schon was mit Waynes. In der Erinnerung von Thomas und Martha Wayne. Weg zu klein. Ich verliere die Geduld. Du betrügst. Das musst du einfach. Da ist noch ne Tonbandaufnahme. Patientengespräch Pamela Rill in Isley, 14. November, 10.21. Hallo Pamela. Heute will ich an etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Du sagtest, dein erstes Angebot, Gott, um zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährliche Sporen in Gottem freigelassen. Hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Körper interessieren mich nicht, Doktor. Diese schrecklichen Fleischsäcke, die umlaufen und meine Arztwelt nicht mit ihrer Tier und Arroganzen zerstören. Aber bist du nicht auch einer dieser Flaschsäcke? Du bist... Du warst auch eine Ärztin. Wie kannst du uns im Stich lassen? Das passiert einfach so. Aber dich lasse ich nicht im Stichstiefel. Du bist anders. Mit dir fühle ich mich verbunden. Wirklich? Stimmt das? Natürlich. Ja. So, es hat ja auch etwas wie mit diesen drei Dingern zu tun. Vielleicht komme ich da noch gar nicht durch da hinten. Warte mal, das ist doch poliert hier so schnell aus. Und das hat das wirklich mit diesen drei Dingern hier zu tun. Der andere war schon da oben. Gucken, was das ist. Ah. Hier so. Wo war denn deine Tür? Da hinten. Oh, oh. Du musst damit aufhören. Bevor es zu weit geht. Aufhören? Aber jeder will sehen, was ich als nächstes tue. Lass ihn gehen. Sofort. Wirklich? Okay. Wenn du meinst, Bats. Nein! Du musst dich wirklich beeilen, Bats. So fängst du mich nie! Ich muss den Strom in diesem Raum abstellen. Ich finde den deaktivierenden Generator, der den gefluteten Chorridor mit Strom versorgt. Aha. Da haben wir es doch. Siehst du, hätte ich vielleicht schon von Anfang an hier hingehen können. Ja, das sind die drei Dinger da. Das habe ich mir schon gedacht, dass es irgendwie sowas ist. Komm, komm. So, okay. Also, dann ist jetzt noch die Frage, was da unten ist. Dann gehen wir erstmal da unten hin. Wo wir hier hinkommen. Oh, was ist jetzt? Aha. Gut. Leute, hier ist ein Speicherpunkt. Angang zum Glashaus. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.